Mein Name ist Chava Loschons, ich bin Orthopäder und Chirurg sowie Sportmediziner in Bad Neuenahr und leite ein MVZ für orthopädische und sportmedizinische Erkrankungen. Wir führen auch chirurgische Interventionen, also Operationen durch. Die Behandlung schmerzt schon etwas, allerdings muss man sagen, wir sollten nicht über die Schmerzgänze hinausgehen. Wir stellen das Gerät so stark ein, wie Sie es aushalten und die Behandlung dauert ca. 5 Minuten. Dann muss man eigentlich kurz abwarten und schauen, wie sich die Lage darstellt. Wenn Sie sich kreislaufmäßig sehr gut fühlen, dürfen Sie danach eigentlich relativ schnell nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.